Hallo Leute, in diesem Video geht es um The Walking Dead, Staffel 9, Episode 14 und was darin alles so passiert ist. Sie trägt den Titel Scars oder zu Deutsch Narben. Es geht endlich um die Narben von Michonne und Daryl, die wir schon vor einigen Folgen, ich meine sogar noch innerhalb der ersten Staffelhälfte, zu Gesicht bekommen haben und uns von Anfang an fragten, was hat es damit auf sich. Vorneweg sei jedoch nochmal daran erinnert, wie jeden Montagabend gibt es um 22 Uhr einen Livestream, wo ich mich ausführlich mit euch über die Inhalte dieser Folge unterhalten werde und austauschen werde. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke für Benachrichtigungen zu aktivieren. Nun aber zu dieser doch sehr spannenden und fesselnden Folge. Ich muss sagen, sie war nicht ganz so unterhaltsam wie die von letzter Woche, die hatte doch viel mehr Spaß mit sich gebracht, aber sie war doch fesselnd, sie war doch irgendwie ergreifend und packend und ich war wie gebannt. Ich musste unbedingt wissen, wie es weitergeht, denn tatsächlich war der große Fokus eben in dieser Folge sehr stark auf Michonne. Das war eine Michonne-lastige Folge, sie spielte die Hauptfigur und ich muss sagen, in der Vergangenheit, gerade am Anfang, als man sie kennengelernt hat, als sie so der Badass war, wie wir sie kennengelernt haben, da war das beeindruckend, da war das toll, das hat Spaß gemacht. Aber seien wir ehrlich, den meisten geht es so wie mir. Seit Rick Ford ist, ist sie einfach nur nervig. Eigentlich will ich gerade andere Worte benutzen, aber das gehört hier nicht unbedingt hin. Und es ist ein wenig anstrengend, ihrem Charakter zu folgen. Nicht zuletzt natürlich, weil wir sie nicht verstehen konnten. Bis heute, bis zu dieser Folge. Endlich wird es aufgeklärt. Und das macht Walking Dead ehrlich gesagt schon seit Jahren und das machen sie auf eine bestimmt beschissene Art und Weise. Das kann man nicht verschönern, denn immer wieder bringen sie irgendein Geheimnis mit sich, wie zum Beispiel mit dem A oder B. Was hat das denn mit Aufsicht aus der letzten Staffel? Was ist PPP, als dann Heath entführt wurde? Und seien wir ehrlich, das wurde nicht deutlich aufgeklärt. Wir Zuschauer können uns unsere Hinweise zusammen reimen, aber das erforderte ein übertriebenes, wirklich ein übertriebenes Maß an Aufmerksamkeit, dass wirklich nur wir Junkies an den Tag legen, die wir uns auch jede Woche darüber unterhalten. Ich will das nochmal ganz kurz erklären, damit ihr versteht, was ich meine. Heath wurde damals entführt, in der Folge, in der Tara dann Oceanside gefunden hat. Was wir noch wissen, ist, dass dieses Wohnmobil, mit dem die beiden unterwegs waren, ebenfalls verschwunden ist. Es wurde mitgenommen und verschleppt. Zurück blieb eine Karte, auf der PPP draufsteht. Und alle fragen sich, was hat es damit auf sich? Das muss irgendwas bedeuten. Das ist eine Art von Code und wir rätseln und rätseln. Das geht über Staffeln hinweg und es wird nicht aufgelöst. Bis hin zu der Folge, in der Rick letzten Endes verschwunden ist. Dort sahen wir dann Jadeth mit eben jenem Wohnmobil fahren. Es versagte dann den Dienst, sodass sie dann letzten Endes auch wieder diesen Helikopter rief und mit Rick dann am Ende verschwunden ist. Ich weiß genau, irgendwann, als wir mal diese Totalperspektive vom Schrottplatz hatten, als wir Jadeths Gruppe kennengelernt haben, da habe ich jetzt im Nachhinein irgendwann gesehen, auf diesem Bild konnte man das Wohnmobil erkennen. Aber das Ding ist, seien wir ehrlich, in den USA gibt es die Dinger wie Sand am Meer. Das heißt, irgendwo hätte das auch irgendein x-bliebiges Wohnmobil sein können. Dass es genau das ist, dafür gab es keine klaren Hinweise, auch in der Folge nicht. Schlussendlich wurde uns das von den Machern bestätigt. Und solche Geheimnisse, so ewig lang in die Länge zu ziehen und nicht zu wissen, wie man das dann wieder auflöst, das ist schon richtig schwach. Letzten Endes haben sie auch oft schon mit uns gespielt. Denkt an Glenn, wie oft er schon vermeintlich gestorben ist. Schlussendlich dann die Szene in der, ich glaube, fünften Staffel war es, als er sich dann unter dem Container von den ganzen Beißern weggeduckt hat. Alle sind davon ausgegangen, er hätte jetzt sterben müssen und irgendwie wollten es manche dann doch nicht glauben. Letzten Endes versteckte er sich unter einem Müllcontainer. Und nach wie vor warten alle, dass er darunter hervorkriegt. Obwohl offensichtlich Nigen ihm den Schädel eingeschlagen hat. Über das wurde heute auch geredet und über vieles andere auch. Nur ist es jetzt so, dass in dieser Folge eben ein anderes Maß an Spannung mitgebracht wurde. Ein anderes Geheimnis wurde jetzt endlich gelüftet. Und zwar die Narben auf dem Rücken von Michonne und Daryl. Das ging jetzt ungefähr eine halbe Staffel lang. Noch ein letzter Vergleich. Besser gemacht wurde es mit dem Symbol aus der vorletzten Folge, in der König Ezekiel mit Carol und seinen Leuten das Kino-Theater gestürmt hat, um letzten Endes diesen Projektor zum Laufen zu bringen, damit sie alle auf dem Fest einen Film schauen können. Da haben wir auf dem Weg nach draußen diese seltsame K auf dem Rücken, das Symbol der Highwayman gesehen, die wir in der letzten Folge dann auch gleich wieder kennengelernt haben. Das heißt, es hat nur eine Folge gedauert, um dieses Geheimnis, um dieses neue Symbol zu lüften. Das fand ich super. Warum? Es zieht sich nicht ewig in die Länge. Letzten Endes hat das doch eine herzlichen geringe Bedeutung und es wurde viel zu wenig aufgegriffen, finde ich, in dem Fall. Aber solche Geheimnisse wie diese Narben und man ist dann neugierig und es zieht sich ewig und dann kombiniert mit diesem Kotzbrocken von Charakter in Michonne gerade, das war schon im Laufe dieser Staffel sehr anstrengend. Bis heute. Was ist passiert? Nun, wir haben zwei Handlungsstränge. Einerseits die aktuellen Geschehnisse in Alexandria, letzten Endes Daryls Gruppe, die hier auftaucht und mit Daryls Gruppe meine ich niemand geringeres als die stumme Conny an seiner Seite und natürlich auch Henry und Lydia. Die drei, vier sind auf der Flucht vor den Whisperers beziehungsweise auf dem Weg zum Königreich, aber über Umwege und letzten Endes war Alexandria am nächsten. Henry ist verwundet, er muss zusammengepflegt werden, damit die sich wieder auf den Weg machen können. Das ist ehrlich gesagt nur die Randgeschichte in dieser Folge gewesen. Vielmehr lag der Fokus doch auf Michonne. Die gleichen Inöffnungsminuten hier erstmal in der Vergangenheit noch nach Riggs' Verschwinden nicht aufhören konnte, nach ihm zu suchen. Sie hat relativ zeitnah noch, also wo man noch nicht mal ihre Schwangerschaft sehen konnte, seinen Revolver gefunden. Den bekam ja letzten Endes Judith. Wir haben sie damit auch schon in Aktion erlebt, was ich ziemlich cool finde, dass sie damit so gut umgehen kann und weiterhin auch innerhalb der nächsten neun Monate suchte sie nach wie vor nach Riggs und hat nicht aufgegeben. Ebenso Daryl, der bis heute nicht aufgegeben hat, sozusagen bis zu den aktuellen Geschehnissen, denn er war nach wie vor da draußen, er hat nach wie vor nicht aufgegeben, er hat weiterhin gesucht. Wenn ich es richtig verstanden habe in der englischen Übersetzung gerade, also in der englischen Version gerade, hat er sogar diesen Fluss wirklich noch verfolgt bis hin zum Ozean und hat nach Riggs gesucht, allerdings nicht gefunden. Und ja gut, wir als Zuschauer wissen selbstverständlich warum und dass sie gefälligst sehr lange suchen können, jedenfalls dort in der Nähe und um diesen Fluss herum, das bringt alles nichts. Wir wissen ja leider nicht, wie weit und wohin dieser Helikopter geflogen ist. Aber das wird sich dann irgendwann im Laufe der nächsten Jahre aufklären. Nun aber zu Michonne. Sie hat hier zweimal in dieser Folge Judith verloren. Einmal in der aktuellen Zeit, einmal in der Vergangenheit. Und die Vergangenheitsstory, die Michonne jetzt so verändert hat, die hat es echt in sich. Das Ding ist, ich habe bei diesen Narben echt nicht viel erwartet, sage ich von vornherein. Und schlussendlich finde ich den Grund, nur den reinen Grund, warum beide diese Narben jetzt haben, finde ich etwas meh. Es war letzten Endes so, okay, was hat es damit auf sich, was ist da los und so weiter. Schlussendlich ist die Auflösung total für den Arsch in meinen Augen. Darüber lässt sich streiten. Aber vielmehr war es der Inhalt dieser Folge, der Inhalt dieses Plots, was dahin geführt hat, was dazu geführt hat und so weiter. Das war das eigentlich Spannende, finde ich. Denn, ja, ihr habt es gesehen, in dieser Folge bekommt sie Besuch, beziehungsweise trifft auf eine alte Freundin. Ich meine, seien wir ehrlich, jeder, der auf die 30 zugeht, um die 30 ist, er hat eher, also wirklich mit 25 nicht zu ungut, aber wenn ihr da einen 10 Jahre alten Freund habt, dann, okay, das geht auch noch. 10 Jahre ist auch noch okay. 10 bis 15 Jahre, in dem Fall sind es 15 Jahre. 10 Jahre seit der Apokalypse ungefähr, sagen wir immer wieder. Und es ist noch länger her, dass Michonne und diese Jothlin sich gesehen haben. 15 Jahre. Ich weiß, manche, die jetzt um 20 rum sind, die werden sich denken, die Kindheitspupser, gut, das ist jetzt wirklich ein bisschen ewiger. Mit 5, 6 Jahren ist es halt, ich weiß, auch da, man hat Freunde aus den Zeiten, aber die meisten eben nicht mehr. Und die beiden sind halt etwas älter. Gut, die ältere Generation hat das etwas leichter zu sagen. Wie war das vor 15 Jahren? Die beiden sind damals zur Schule gegangen zusammen. Sie waren beste Freundinnen, haben ganz viel erlebt. Und Michonne, die hier zu diesem Zeitpunkt extrem viel durchgemacht hat, einerseits ist sie schwanger von Rick. Rick ist verschwunden. Sie sucht nach Rick, gibt nicht auf. Sie hat gleichzeitig gewissermaßen Judith adoptiert, nachdem sie auch zuvor noch Carl verloren hat. Es ist alles etwas viel für sie, natürlich. Außerdem ist sie jetzt gefühlt für den Schutz von allen verantwortlich irgendwo auch, weil sie nun mal die Frau von Rick Grimes war, dem großen Rick Grimes, der hier für alles gesorgt hat. Schlussendlich werden diese Neulinge unter anderem natürlich eben Jocelyn mit aufgenommen und man kümmert sich sofort um sie. Warum? Nicht zuletzt, weil sie eine alte Freundin ist. Problem ist, Michonne hat ihr Schutzschild dabei völlig ignoriert und fallen lassen. Sie hat irgendwie, sie war total blind für alles Mögliche. Alles hätte ein Warnsignal sein müssen. Nicht zuletzt, dass dort keine Erwachsenen in dieser Gruppe waren. Ich meine, unsere Gruppe ist rausgegangen und hat die übrigen Bedürftigen da zugeholt, was sich letzten Endes als eine riesige Gruppe von Kindern herausstellte. Es waren ein paar, ich sag mal, Jugendliche mit dabei, aber das war es auch. Alles andere waren Kinder. Und seien wir ehrlich, bei jedem müssten eigentlich die Alarmglocken läuten, okay? Bei jedem. Ihre Art der Geschichte von wegen, hm, ja, die sind alle durchgedreht. Sorry, aber das kauft man einem eigentlich nicht ab. Aber Michonne ist am Ende. Sie ist verzweifelt und endlich, wirklich endlich sage ich, ich verstehe dieses ganze Konstrukt und warum sie so sehr gegen Außenseiter ist. Denn es handelte sich nicht mal um jemanden völlig Fremden, sondern um jemanden, den sie kannte. Auch vorher schon. Und so eine Veränderung hat sie einfach nicht erwartet. Nicht in diesem Maße. Man hat diese Gruppe aufgenommen, man hat gemeinsam viel Zeit miteinander verbracht. Es war nett, es war sympathisch. Die Kinder haben sich alle gut miteinander verstanden und letzten Endes hat man einander so sehr vertraut, dass die Kinder aus Alexandria bei Jocelyn und ihrer Gruppe übernachten durften. Sie nutzt das Ganze aus, plündert den Ort, die Vorräte sowie auch die Medizin und macht sich auf und davon. Hier kommen wir zu einem Punkt, den ich an dieser Folge wirklich abgrundtief verabscheue und hasse und für wirklich sowas von saudumm erkläre, dass ich es, ich könnte jetzt noch stundenlang darüber mich beschweren. Auf den Punkt gebracht, warum waren Michonne und Daryl als Einzige da draußen? Wieso zur Hölle? Why? Versteht mich nicht falsch, ich will davon ausgehen, dass auch die anderen Eltern, auch andere Leute einfach rausgegangen sind und in Teams gesucht haben. Aber warum gehen die dann nur zu zweit nach draußen? Das ist total bescheuert beziehungsweise als zweier Gruppe. Nicht zuletzt, ja, ich weiß, Michonne kann kämpfen, das wissen wir alle, aber sie ist verdammt nochmal schwanger. Sie ist extrem langsam zu Fuß, muss aufpassen und alter Falter, warum? Als wäre das Ganze nicht genug, gibt es noch mehr Dämlichkeiten dann im Laufe des Geschehens, aber dazu komme ich gleich. Ich frage mich echt, wo sind die anderen? Warum ist da keiner mitgegangen? Ja, Daryl hat es unglaublich drauf, aber von dem, was wir gesehen haben, gab es nur Jocelyn und diese Kinder. Warum glaubt man ihr das? Im Nachhinein, nachdem die eigenen Kinder verschwunden sind und man nach ihr sucht und man gemerkt hat, okay, da wurde hier, die Wache wurde umgebracht vor den Lebensmitteln, alles wurde geplündert. Man muss doch echt irgendwie darauf kommen oder zumindest daran denken, dass da doch noch mehr dahinter sein könnten. Ja, dass es eben nicht nur die Kinder waren und Jocelyn, die hier alleine waren, sondern, dass da vielleicht eine noch größere Gruppe dahinter steckt oder so. Nein, stattdessen gehen die echt zu zweit los. Ich will hoffen, dass mehr Gruppen unterwegs waren, wir haben sie leider nicht gesehen. Also hat sie Judith hier schon einmal verloren und natürlich ist Judith unglaublich wichtig. Nachdem Carl verschwunden ist, äh, gestorben ist, meine ich, und Rick dann letzten Endes plötzlich verschwunden ist, ist es für sie furchtbar, jetzt auch noch Judith zu verlieren. Also macht sie sich auf den Weg, sucht nach ihr, findet die Gruppe und hier wird es wiederum spannend, finde ich. Wir haben dieses, ähm, nachdem beiden dann gefangen genommen wurden, dieses seltsame Ritual, bei dem diese extrem gruselig reinblickende Jocelyn die Kinder dazu zwingt, die beiden zu verletzen, sie zu markieren mit einem X. Ich weiß schon von Anfang an, dass wir in der ersten Folge, als wir diese Narben gesehen haben, auch ein bisschen gewitzelt haben, von wegen, dass X markiert, äh, ne, den Schatz und so weiter auf der Karte. Da gilt es dann zu buddeln, zu graben oder in dem Fall zuzustechen. Nun, das war nicht ganz deren Absicht. Letzten Endes, so wie ich es verstanden habe, handelt es sich um ein seltsames Jagdritual, wo Jocelyn diese Kinder letzten Endes dazu trainiert, Soldaten zu werden, die keine Angst davor haben, jemanden umzubringen. Kinder sind zu einigem fähig, das zeigt sich immer wieder auf der Welt und wenn man bedenkt, was in manchen Ländern dieser Welt tatsächlich passiert, wie Kinder zu Soldaten, als Soldaten genutzt werden und man natürlich auch generell sich einfach nur mal selbst mit diesem Gedanken ganz kurz befassen sollte, ja, ähm, jemanden zu töten, ist schon eine extrem heftige Sache, aber dann Kinder zu töten, auch wenn die dich gerade versuchen umzubringen, so wie es mir schon ging, das konnte ich dann ziemlich krass nachvollziehen, weil ich versucht habe, mich da hinein zu versetzen. Wie ist das gerade in diesem Moment? Durch die Apokalypse ist es vielleicht ein wenig leichter abgestumpft zu werden, dass man einfach jeden tötet, der versucht einen selbst zu töten, aber das sind verdammte Kinder und gerade Kinder stehen für so viel Unschuld, für, für all das Gute eigentlich auf der Welt, in der Theorie. Nun, diese Kinder haben zunächst mal den beiden ordentliche Brandzeichen verpasst, wofür ich bestimmt schon das ein oder andere Kind umgebracht hätte an der Stelle, keine Ahnung, äh, so wieder um einen rumstehen und auf Jocelyn hören, aber schlussendlich, nachdem die beiden dort rausgekommen sind aus diesem Raum, in dem sie gefesselt waren, haben die sich aufgeteilt und das ist der zweite Moment, über den ich mich am meisten beschweren will in dieser Folge. Michonne ist schwanger, ich habe es eben gesagt, sie ist schwanger, verdammte Scheiße. Warum nimmt Daryl einen anderen Weg? Wieso? Zur Hölle? Was hat das für einen Grund? Warum muss Michonne sich alleine plötzlich mit zwei Belgiern kloppen, während Jocelyn dann die Flucht ergreift, Judith und die anderen Kinder von den anderen Kids entführt werden und Daryl ist, bitte wohin genau? Ich verstehe es nicht, ich, ich blick es einfach nicht. Nun, sie überwältigt die beiden, wird dabei am Bauch verletzt. Ich will gar nicht groß über diese Verletzung sprechen, denn offen gesagt, vergesst es. Das können wir gerne im Livestream noch ein bisschen genauer besprechen, aber dazu fehlen mir gerade einfach die Worte. Letzten Endes gelingt es, hier nach draußen zu gehen und das war eine ziemlich epische Szene, denn, und hier kommt dieser krasse Cut zu der modernen Geschichte, in der Michonne letzten Endes Judith erneut verloren hat. Nun, nachdem man nämlich hier die ankommende Gruppe von Daryl fortgeschickt hat, die waren auf dem Weg in das zum Königreich und Michonne will da natürlich selber nicht hin und niemandem helfen, sie will eigentlich nichts von all dem wissen, Judith möchte aber, Judith sieht sie als ihre Freunde und spricht mit Negan, spricht mit Daryl, Daryl ist ein Vorbild für sie, eine riesen Heldenfigur aus all den Geschichten, die sie gehört hat und letzten Endes auch ein wichtiger Teil ihres Lebens irgendwo. Nicht zu vergessen, dass er ihr den Namen Little Ass Kicker gegeben hat und nun fand ich die Folge dahingehend extrem schön, einfach zu merken, dass diese kleine, einfach diese Freundschaften aufbaut, zu Negan auch, der einfach, wie er selbst gesagt hat, direkt ist, ehrlich ist und ihr auch über alles erzählt, was Michonne nicht getan hat und auch hier zeigt sich nochmal genau das, was Jocelyn eigentlich versucht hat zu predigen, dass Kinder zu viel mehr fähig sind, als man eben immer wieder annehmen mag und glauben mag und wie sich am Ende der Folge auch rausfällt, dass Judith sich an alles erinnert, was da passiert ist, dass sie das irgendwie, ja, zwar mitbekommen hat und sich daran erinnert, aber eben auch nie ansprechen konnte und so weiter, es ist ziemlich kompliziert, das alles richtig wiederzugeben, nur es zeigt einfach, zu was Kinder durchaus in der Lage sind und wie sehr sich Michonne geirrt hat. Ich muss sagen, ich bin froh über dieses Ende, über diese Unterhaltung am Ende zwischen Michonne und Judith, dass Michonne endlich eingesehen hat, wie recht die Kleine eigentlich hat und dass sie endlich ihre seltsamen Ansichten aufgibt. Die haben uns im Großteil dieser Staffel ehrlich gesagt nur noch angekotzt und ich fand's nur noch nervig. Ich fand's nur noch nervig und anstrengend, ihr zu folgen, überhaupt Michonne zu sehen. Erst diese Folge gab mir ein gewisses Verständnis, denn schlussendlich diese Szene, in der Judith verschwunden ist, weil sie natürlich in ihren Augen, also für Judiths Augen selbstverständlich, ihren Freunden helfen möchte, Daryl helfen möchte und Henry natürlich auch, dass sie dann loszieht und Michonne hinterher diese Gruppe von Beißern findet, sich da durchmetzelt und das war eben das Epische an dieser Folge, dieses ewige Hin und Her. Ein wenig anstrengend zum Beginn eventuell, das kann man halten, wie man möchte, das mag mancher mehr, mancher weniger, in meinem Fall war es nicht so ganz, aber ich sehe darüber hinweg. Dafür hatten wir dann diese epische Szene, in der sie sich auf brutalste Art und Weise durch diese Kinder hindurchkämpfen muss, weil sie erhielten von dem Jugendlichen noch den Befehl, das Mädchen erhielt den Befehl, Judith und die anderen Kinder aus Alexandria umzubringen. Und wir haben zuvor gerade gesehen, zu was diese Kinder alle insgesamt imstande sind und sie greifen mich schon relativ furchtlos an, kämpfen gegen sie und ihr bleibt keine andere Wahl, aber anstatt uns mit diesen brutalen Bildern zu konfrontieren, gelingt es Walking Dead und AMC dahinter eben diese Szene wirklich auf eine ganz besondere Art darzustellen, dass sie immer wieder in die Moderne springen, wie sie sich in dem Moment dann durch die Beißerherden hindurch metzelt, man kann es nicht anders ausdrücken, es waren Gemetzel und ebenso war es das aber auch mit den Kindern und dass sie da durch musste, das hat sie gebrochen in der Zeit, das hat sie kaputt gemacht, das hat sie fertig gemacht und ich habe mir bei bestem Willen, ich habe mir bei bestem Willen, egal wieso ich mich damit beschäftigt habe, nicht ausmalen können, was es mit ihrer Veränderung auf sich hat. Ich habe einfach nicht verstehen können, wieso sie jetzt so sehr gegen die anderen ist, wieso sie so verschlossen ist, wieso sie so isoliert sein möchte und es eigentlich nur noch um Alexandria geht. Es war nicht nachvollziehbar bis zu diesem Augenblick, bis zu diesem Horror, den sie hier durchmachen muss und es war dadurch eben auch eine der brutalsten und doch epischsten Szenen, die wir bis jetzt in Walking Dead miterleben durften. Es war heftig und ich bin teilweise überrascht, dass Ames sich das getraut hat, aber ich finde auch die Entscheide gut, in dem Moment einfach nichts zu zeigen, sondern eben diese eleganten Cuts zu machen zu den Szenen mit den Beißern. Von daher war das hier eine sehr, sehr fesselnde Folge, eine sehr mitreißende Folge. Judith wird auch etwas greifbarer für uns Zuschauer, weil wir auch ein bisschen mehr über sie gelernt haben, was sie schon durchgemacht hat in dem Moment und wieso sie sich letzten Endes so leicht auch an Negan wendet, da natürlich die Mutter eben so verschlossen ist und viel zu wenig mit ihr redet. Negan hört immer hinzu, waren ja ihre Worte und nicht zuletzt, ne? Und schlussendlich kann ich sagen, es war eine, wie gesagt, sehr fesselnde und einfach nur geile Folge, die mich hier in diesem Moment kurz nach einer leichten Einführung doch sehr, sehr gespannt hat und gepackt hat und ich konnte wirklich, also, ich war wie gebannt in dem Moment und es wurde immer nur extremer bis zu diesen Kampfszenen mit den Kindern. Wow. Also, im Nachhinein, jetzt im Nachhinein, ich muss sagen, ich bin der Meinung, diese Szene, diese Folge, diesen Flashback, hätte man einfach an den Anfang packen müssen, nachdem Rick verschwunden ist, noch vor Magnas Gruppe eventuell oder genau dahin, noch vor dem Auftritt der Whisperers in meinen Augen, weil man dann einfach es besser nachvollziehen hätte können. Klar, man hätte die Geschichte ein bisschen umschreiben müssen in der Darstellung wegen, aber der Punkt ist für mich, hätte man das früher gehabt, dann wäre mich schon nicht die ganze Zeit so nervig gewesen. Trotzdem kann ich jetzt rückblickend sagen, ich als Zuschauer sage, okay, jetzt endlich macht es einen Sinn und irgendwie, also in Anführungsstrichen, ich vergebe ihr, dass sie so zum Kotzen war und hoffe einfach, dass sich das in den nächsten Folgen eben nicht mehr so zeigt, in den sie dann ab und zu wieder ein bisschen im Rampenlicht steht und dass sie doch wieder mehr aufgeschlossen ist. Ich finde es schön, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um letzten Endes hier Daryl und die Gruppe aufzusammeln. Sie machen sich also auf den Weg zum Kingdom und da kamen wir zu dieser klitzekleinen Schlussszene, in der die Whisperers, ich denke, tatsächlich den Eingang vom Königreich gefunden haben. Sagt es mir, wenn ich mich irre, ich bin der Meinung, das war nicht Alexandra, sondern eben das Königreich, das die beiden Beißer dort gefunden und gesehen haben und dahin sind jetzt alle auf dem Weg. Sprich, Hilltop ist auf dem Weg dorthin, Oceanside sollte auch dorthin kommen und letzten Endes jetzt auch Alexandria, zumindest einige davon und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den letzten beiden Folgen zuspitzen wird. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Trailer noch nicht gesehen, ich werde das hier nach diesem Video tun, das heißt, wir können das heute Abend im Livestream auf jeden Fall besprechen, beziehungsweise, ich hoffe, diesmal mache ich doch endlich mal ein Video dazu, ich habe etwas Zeit in dieser Woche. Das war es aber von mir zu dieser Folge, zu Folge 14 der neunten Staffel, der drittletzten Folge, wir haben nur noch zwei Folgen vor uns, nicht vergessen und dann war es das wieder für eine kleine Weile mit The Walking Dead, ich glaube, kurz darauf wird es weitergehen mit Fear the Walking Dead, aber ich habe mich noch nicht schlau gemacht, trotzdem, wie gesagt, das war es hierzu. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dann.